Herzlich willkommen Leute, willkommen am Dienstag hier zu den weiteren Amazon-Angeboten hier am Prime Day. Schauen wir einfach mal was mit dabei ist, vielleicht finden wir noch ein paar spannende Sachen, die vielleicht auch für euch geeignet sind. Ich habe wieder mal alles durchgearbeitet und die wichtigsten Sachen rausgesucht. Und das sehen wir hier, es sind immer noch die Maguire's Produkte im Angebot, also von Hybrid Ceramic Wax über Shampoo, Kunststoffpflege, das Liquid Wax, Felgenreiniger und auch nochmal das Ultimate Liquid Wax, was hier mit am Start ist. Dann verschiedene andere Sachen nochmal einzeln für euch rausgesucht und dann haben wir einmal hier den Ceramic Quick Detailer, der ist auf jeden Fall zu empfehlen, ein schönes weiches Lackfeeling und vor allem wenn ihr eine Keramikversiegelung oder so drauf habt, kann man den dafür sehr schön als Quick Detailer, als Lackschnellreiniger nutzen, also definitiv mal mit anschauen. Dann Sonax Premium Class Lederpflege, die gibt es schon sehr sehr lange, das ist ein sehr beliebtes Produkt und hat es schon Jahre hier in das Sortiment von Sonax geschafft und auch nie rausgenommen, sehr sehr beliebtes Produkt. Also definitiv mal mit vorbeischauen. Also ich gehe jetzt nur ganz kurz mit euch durch, ihr könnt dann in Ruhe schauen, ob was für euch passendes dabei ist, alles nochmal unten mit verlinkt. Der Sonax Extreme Kunststoff Detailer für Innen und Außen, also für Motorraum und auch für Cockpit im Innenraum und natürlich auch, wenn ihr zum Beispiel draußen irgendwelche Lüftungsgitter oder so habt, könnt ihr das dafür auf jeden Fall mit einsetzen. Kombi Produkt für Innen und Außen. Le Cargo hat einen wunderbaren Waschhandschuh hier, schön weiß mit leichten blauen Fasern. Für 11,20 Euro geht das völlig in Ordnung, wie ich finde und wer da auf der Suche nach einem Waschhandschuh ist, kann hier definitiv mal mit vorbeischauen. Als nächstes Maguire's Ultimate Compound, hier die Compound Politur, auch sehr gut mit der Hand zu verarbeiten, aber natürlich ganz klar auch mit Maschine. Wunderbare Politur, auch nicht zu extrem scharf, also wer hier auf allen ins Polieren einsteigen will, kann sich die auf jeden Fall mal mit anschauen. Natürlich auch mit Mikrofaserpad zu verarbeiten. Dann hier, dann eine automatische Waschpistole, Reinigungspistole, Hochdruck, hier stehen natürlich alle Keywords drin, die jemand reinstellen kann. Ist eine ganz einfache Reinigungspistole, ist jetzt natürlich nicht das absolute Profi-Endgerät, ganz klar. Wer aber nur ein bis zweimal das im Jahr nutzt oder so, oder vielleicht nur an einem Auto das nutzen möchte, der kann sich das Teil auf jeden Fall mal anschauen. Es gibt natürlich noch Modelle im Bereich von 100, 150, 200 Euro, die sind natürlich auch vom Material ja hochwertiger und die haben noch ein bisschen mehr Power. Aber wer jetzt wirklich nur ein, zweimal hier sowas nutzt, der braucht sich jetzt nicht für 150 Euro so ein Gerät dann in den Keller stellen, das ist einfach ganz klar. Aber hier sage ich ganz klar dazu, Preis macht natürlich auch Qualität, heißt aber nicht, dass das Teil nicht funktioniert, also ihr könnt es genauso trotzdem einsetzen. LED-Arbeitsleuchte habe ich noch mit rausgesucht, fand ich ganz spannend, hier mit Spot-LED und so einer Streifen-LED. Könnt ihr auch für die Lackbeurteilung mit nutzen, aber auch hier zum Beispiel war ein schönes Foto, wenn ihr das Motorraum oben an die Unterseite der Motorraumklappe magnetisch befestigt, könnt ihr damit in den Motorraum leuchten und damit auch, wenn ihr da was reinigt oder so, habt ihr noch mehr Licht. Und natürlich auch generell beim Arbeiten hier in der Werkstatt mit nutzbar, aber ich denke mal auch sehr, sehr gut geeignet für die Lackkontrolle beim Polieren. Geht natürlich immer noch hochwertiger, ich denke mal das wird hier so ein Kaltweiß sein, aber das geht trotzdem, wenn ihr könnt ihr starten und dann seid ihr erstmal bei 10 Euro, das ist ein Versuch auf jeden Fall wert. Maguire's Gold Class Car Wash Shampoo, auch ein sehr beliebtes Produkt, kann man sich mit anschauen. Dann der Water Magnet ist auch wieder mit dabei, gibt es schon sehr, sehr lange. Dann hier die Clay Bar Sachen von MATCC, die finde ich auch persönlich sehr schön, die sind in drei Einzelstücken verpackt und damit habt ihr auch immer den Vorteil, ihr braucht nur ein Stück auspacken und nicht die ganze Knete dann einfach wieder in die Dose zurück, sondern das schön dritteln. Ja, drittel. Dann noch ein Clay Kit von Maguire's, auch hier mit Detailer mit dabei, die Knete und Tuch, also alles nochmal, alles in so ein All-in-One-Set, 2x80 Gramm. Dann haben wir den Maguire's Carpet & Interior Cleaner, auch ein sehr beliebtes Produkt, das gibt schon Ewigkeiten bei Maguire's, also auch da hat sich über Jahre immer bewährt. Sehr, sehr schönes Produkt, um halt Teppich, Polster, Sitze und alles, was damit zu tun hat, Porn-Tief zu reinigen. Sonax Scheinwerferaufbehaltungsset, also Politur und auch wieder Versiegelung. Ist ganz, ganz wichtig, alles in einem. Sehr, sehr schön, wenn ihr einen Gebrauchtwagen habt und habt da hier diese kleinen Risse, Steinschläge, Mücken, Fliegen und alles mögliche an Insekten eingebrannt und über die Jahre, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ist natürlich jetzt nicht für Neuwagen, sondern wirklich für Gebrauchtwagen gedacht. Und dann haben wir bei den Angeboten noch das Ladegerät von Cetec, das würde ich euch auf jeden Fall noch mit empfehlen, mal anzuschauen. Das haben wir hier drüben. Und damit Autobatterie laden, Moped-Batterie, alles, was man da so braucht. Das ist jetzt auch nochmal 40% rabattiert. Ja, und damit haben wir eigentlich alle Angebote durch. Vielen, vielen Dank, Leute, für unsere Portion. Und das ist nochmal alles verlinkt, wenn ihr Fragen habt, gern melden. Ansonsten haut rein und stöbert ein bisschen. Vielleicht findet ihr auch noch was Passendes hier heute am Dienstag. Ansonsten haut rein, genießt das etwas kühlere Wetter und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.